Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Kanal Mustache Readings. Heute lesen wir wieder von Ephraim Kishol aus dem Kamel im Nadelöhr. Viel Spass! Die heilige Bürokratie Unter den vielen Geiseln, die sich die Menschheit ausgedacht hat, um sich das Leben zu erschweren, erscheint die Bürokratie als die unnatürlichste aller Naturkatastrophen. Der längst schon vom Verfolgungswahn befallene Bürger empfindet das hypertrophe Beamtentum als eine unerträgliche Plage und erwartet ungeduldig eine Änderung zum Guten. Die wird er aber nie erleben. Wer immer da glaubt, dass eine Wendung zum Besseren herweigeführt werden kann, unterliegt nämlich einem grundlegenden Irrtum. Bürokratie ist nicht etwa eine Schattenseite des Regimes. Nein, sie ist das Regime. Das hat nichts mit politischen Systemen zu tun. Die herrschende Klasse, die gewaltige straforganisierte Mehrheit, egal ob im demokratischen Westen oder im volksdemokratischen Osten, ist ausschließlich die Beamtenklasse. So ziemlich auf der ganzen Welt, im Nacken jedes produktiven Menschen, sitzen nämlich dreieinhalb vom Staat besoldete Aufseher. Ein Beamter registriert seine Existenz. Der zweite sorgt für seine höchstmögliche Besteuerung. Der dritte macht aus ihm einen organisierten Arbeitnehmer und der halbe ist damit voll ausgelastet, ständig neue Formulare zu erfinden. Dieser sich selbst aufblasende Wunderballon ist allerdings keine israelische Erfindung. Wir sind nur gute Schüler. Wir haben dieses System von den Beamten der britischen Mandatsregierung gelernt. Die Engländer erbten es von den Türken und diese hinwiederum wurden von den Deutschen unterrichtet. Ja, in sämtlichen Ministerien der Welt, in Rathäusern, Landesgremien, Bezirkshauptmannschaften, Gewerkschafts- und Parteizentralen, Kurt, überall, wo öffentliche Gelder vergeudet werden dürfen, bietet sich dem aufmerksamen Beobachter der gleiche herzerfrischende Anblick. Ein schäbiges Büro, in dem sich ein vereinzelter Beamter von früh bis spät die Seele aus dem Leib rackert, während in sieben weiteren Büros sieben gut gekleidete Herren gelassen die Tageszeitungen studieren oder ihren glasigen Blick im Stile eines indischen Yogi in tiefster Meditation an die Decke haften. Sehen wir doch den Tatsachen ins Auge. Diese Herrschaften haben nichts zu tun. Es wurden viel mehr Leute angestellt, als Arbeit vorhanden ist. Also sorgt man für Arbeitsbeschaffung. Anstelle eines Formulars pro Beamten wurden sieben Formulare für sieben Beamten erfunden. Diese Formulare müssen, wenn sie einmal ausgefüllt sind, siebenmal gestempelt werden und natürlich in sieben verschiedenen Amtsstuben. Vielleicht ist in diesem System noch ein Überbleibsel des gottseligen Kolonialismus zu finden, dessen wesentlichste Aufgabe bekanntlich darin bestand, das Erwachsenwerden der Eingeborenen zu verhindern. Eines der probtesten Mittel dazu war die Ausdrucksweise Je komplizierter die Verwaltungssprache, desto leichter das Herrschen. Für die wenigen, die es nicht wissen, sei hier als Beweis der genaue Wortlaut eines amtlichen Rundschreibens wiedergegeben, dass meine Regierung vor einiger Zeit den Oberschullehrern während ihres Kampfes um die Tarifverträge zukommen ließ. Rückwirkend, vom achten Monat des Katastraljahres entspricht die 6%ige Teuerungszulage zum Grundgehalt einer 2,5-zweigen Erhöhung der Gesamtvergütung. Hinzu kommt eine Angleichung des vorangegangenes 2,8%igen Preissteuerungszuschlages abzüglich einer 5,3%igen Geldentwertungsabgabe. Die so errechnete Summe wird mit dem Sozialbeitragsfaktor der Studienbeitragabgabe in der Höhe von 2,13 multipliziert abzüglich der 4%igen Erhöhung der Pflichtversicherung des Arbeitnehmerausgleichsfonds. Daraus ergibt sich die Grundkalkulation für die staatliche Ausgleichszulage, die gemeinsam mit dem reinen Gehaltsfaktor von 0,77% bis auf Widerruf die effektive Teuerungszulage zu bestimmen hat. Was Sie eben zur Kenntnis nahmen, verehrter Leser oder bezaubernde Leserin, ist nicht etwa eine psychopathische Studie, die im Auftrag einer Ehrenanstalt vorgenommen wurde, sondern ein offizielles Rundschreiben einer hochbezahlten Amtsstelle. Bürokratie ist nichts anderes als die tagtägliche Rechtfertigung einer überflüssigen Kaste, deren Unfähigkeit ein viel stabilerer Faktor geworden ist als jedes politische Regime. Es gibt auch nicht die geringste Hoffnung auf Besserung. Im Gegenteil. Wie jede andere Oligarchie ist auch die konstitutionelle Bürokratie stets bemüht, ihre Infrastruktur auszubauen. Aus diesem Grund fließen Jahr für Jahr neue Ströme frisch gebackener Yogis dem Mehrheitsregime zu. Ob es da noch eine Lösung gibt? Mitmachen, meine Herrschaften, alle mitmachen. Erst, wenn sämtliche Bürger Beamte sind, nur Beamte und nichts als Beamte, dann besteht vielleicht die Chance, dass sich irgendjemand etwas Neues ausdecken muss. Inzwischen geht der nationale Hürdenlauf weiter. Ein wenig Rutz, aber wir sind für den Abend zuzuhören.